Nein, geh weg. Ich will dir nichts verkaufen. Ich bin drin, überall Leichen, Blut, Verbrennungen, Köpfe, aufgereiht wie Flaschen in einer Bar. Tote Merkhov Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Merkhov Advanced Research Systems. Merkhov hat seit langem angeblich Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen, bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Merkhov Geld mit einem Haus voller Verrückter machen? Eine Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt dann. Das hätte ich wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Den ich reingekommen bin. Ich glaube, ich muss mit 30 Minuten folgen machen. Also... So cool... Ich denke, wir Oh. Alter, ich dachte gerade, es steht einer. Mach mal weiter. Der ist schon im Spiel, Mann. Scheiße, ey. Die... Was sehe ich da? Nein, das muss nicht. Was? Echt? Fall Nummer 136. PatientInnenzeilen CLW Walker. Datum 28.05.2013. Erste Patientenbefragung 28.01.2011. Alter des Patienten 32. Geschlecht. Männlich. Behandelnder Arzt Dr. Rudolf Wernicke. Anmerkung Dr. Walsch. Therapiestatus. Morphogenetische Antriebsaktivitäten stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr fortfahren mit Stufe 3 Hormonrisiko behaftet. Diagnostik Spirometria gab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI Scans übereinstimmend mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkungen. Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelungen in Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Extensive Dermal-Erruption ebenso übereinstimmt mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht. Vermutlich zurückführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tuatara-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstbestimmung zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt der MA-Prozesse zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierungen wird nachdrücklich empfohlen. Alles klar. Zum Beispiel Bescheid. Alles zurück. Doch, 100% noch. Irgendwo ne Batterie, aber egal. Dass mir das jetzt hier angezeigt wird, das kann gut sein, oder? Oh, Alter. Ich glaub ich weiß, wo ich bin. Hast du Epidepsie, Alter? Was zuckst du so rum, ey? Ohne Scheiß. Was? Was? Oh, der chillt seine Basen. Oh, der macht die Musik und wird fertig, ne? Sieht aus wie er gleich an Abstechen. Er macht die Musik und wird fertig, ne? Ah... 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 Okay. Was? Warte. Gebrochene Männer. Eine Reihe gerochene Männer, statt auf einen leeren Fernseher. Sie sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist, aber sie sind nur noch eine Hülle. Ah, da. Merkhoff Corporation, Abteilung, Vereinigtes Staaten, Vollziehungsbefehl, Fallnummer 294758104. Betreffend in Zugriff auf Psychiatrie-Zentrum, Mount Massive... Sicher... Ja, egal. Merkhoff Psychiatric System. Mount Massive Wilderness Area. Country Road 112. 1 und 2 ist ja nicht nur Leben, Digga. Eides-staatliche... Eides-staatliche Erklärungen wurden vor dem Direktorenausschuss seitens der Merkhoff Hardline Security MHS geliefert. Die Grund zu folgender Annahme hat katastrophaler Sicherheitsbruch im Psychiatrie-Zentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch Eides-staatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigt die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollem Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle Lebenden an Verwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Merkhoff Cooperation oder ihre Tochterunternehmen. Aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechender Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. Ich warte jetzt echt so auf den Nächsten. Ich muss das gucken. Ich muss das gucken. So was sag ich... Der Roenthause Blick... Ups! Tim wird, äh, 못 sag ich noch. Der Upside-Down-Blick... Der Tür-Blick... WorSE UNDER R Ein moonlight los? Was ist das denn... Es ist kein audience komplott. Brittenes. Ich habe Angst, dass er da gleich noch ins Eck schießen kann, ne? Ich glaube, mit diesem wunderschönen Anblick auf diesen Herrn, beende ich mal diese kleine Aufnahme-Session. Und, ähm, ja, ich kann bis jetzt sagen, es macht Spaß, ich nutze mal die Gelegenheit, um zu sagen, dass ich mir vielleicht auch Daylight runterlade noch, oder nur, und davon vielleicht eventuell auch Let's Play mache, das kann ich noch nicht genau sagen, aber, man sieht ja, was kommt. Und, na, Outlast wollte ich jetzt eigentlich auch noch nicht anfangen, aber ich habe es getan, weil ich Bock darauf habe, weil ich Bock darauf habe, es für euch zu tun. Ja, Digga. Also, wir sehen uns bei der nächsten Aufnahme. Bis dann. Tschüss.